einen wunderprächtigen wünsche ich euch ich habe was schönes und zwar von albert die glamour shots zehn wunderbare bombenrohre habe ich letztes jahr schon gehabt verschiedene bombettenrohre mit schweifaufstieg schweif mit schweißausbruch genau mit schweifaufstieg und bouquet ja wir haben eine gesamte nm von 90 gramm enthalten kategorie f2 und habe ich schauen sie mal so glamour shot von albert machen wir uns mal das päckchen hier auf sagt sagt und dann haben wir einmal hier pink wir haben gelb wir haben lila blau und weiß und zünden wir die mal nacheinander so fangen wir mal mit lila an war der schön war ich lieber weiß blinker machen wir mit pink weiter wir wollen die lunte singen bremme durch sehr toll system weißen das war ein geileser besser feeling blau ist als nächstes dran auch schön lang ziehen und zu guter letzt machen wir den gelben gelb sehr schöne grünen blinker gibt die wieder daumen rum Bis zum nächsten Mal.